ich hab eh ich hab 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 Fanta in Erdbeer Geschmack da 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 Corona Liebe Grüße an Corona Ah voll lecker Da 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Leute sind wir. Könnten natürlich jetzt nur 1, 2 Leute einladen, aber ich weiß nicht, ob die online sind überhaupt. Ich shoppe mal ein bisschen währenddessen, wenn das okay ist. So, Designer-Paket-Dynastie, das finde ich cool. Habe ich eingefrohrt. Habe ich eingefrohrt? Luxusraumteile. Kyle Rayner hatte ich auch schon überlegt, Mehl zu holen. Der kann ja so ein bisschen von allem. Der hat ja grünes Licht, blaues Licht. Oh, fuck. Hallen, der macht es auch cool geworden. Habe ich fast gar nicht zu gesagt. Zusätzliche Bankplätze, zusätzliche Gegenstandsätze, zurechtlicher Charakterplatz. Ganz sicher noch nicht. Ausstattung, Makler. F&E-Station. Tja. Penthouse? Zeig mal kurz. Ha, 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 ha. Steht nicht auf der Führung, wahrscheinlich. Ach, das passt sich danach an. Meine Geräte werden da... Okay, juckt die wahrscheinlich. Kanalisation, Vorräte, Vorräte. Ähm, fünf Tresorkarten. Warum? Warum so teuer? Legenden. Karriettehaut, Fraktalehaut. Fraktalehaut ist schon cool. Hier hat was. Ha, 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 ha. Krafttyp wird geändert. Einige Rollenspezifische Ausdruckungen können nicht mehr verhandelt werden. Ja, das wäre schlecht. Das wäre ein bisschen schlecht. Das ist ein ganz wenig. Aber das passiert auch mal. Der Bewegungsmodus. Der Körperbau. Die Persönlichkeit. Der Waffentyp. Der Waffentyp. Ich kann doch den Waffentyp sowieso ändern. Dafür muss ich euch 450 ausgeben. Also, da kann ich den. Da kann ich den. Hä? Hä? Ne? Was ist da, was ich meine? Ja, du, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich mir holen soll. Klagt ihr doch mal vor, was ich mir holen soll. Hat ihr eigentlich vor, mir einen anderen Bewegungsmaus zu holen? Weil. Nicht? Und so weiter und so fort. Ach so. Sorry. Sorry, Leute. Nein. Soll ich auch rausgehen? Ich weiß nicht. Gruppe. Instanz auflösen. Resio. Austritt aus Instanz. Komm. Das bringt doch nicht. So ist das doch Schwachsinn. Keiner will mich drin haben. Ah, hier spricht. Ein Krieg des Richts hat begonnen. Blablabla. Ja, ja. Ich weiß. Viele, viele dumme Sachen. So, wo hat man das hier? Ähm, Rang 5. Aha. Nö, 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 nö. Das Hauptschlachtfeld. Genau. Na, immer noch Schaden. Ich würde gerne eine 8er machen, weil eine 5er, ey. Eine 4er. Äh, komm, mach mal 4er Instanz. Was haben wir denn eigentlich so für Missionen? Kampf um Temeskirra habe ich zum Beispiel vollständig. Gibt keine Punkte, aber, ey. Ey, das habe ich gesehen. Ähm. Da ist eigentlich so eine Frage. Macht man die auch noch voll, oder? Fängt man schon mal Kampfkunst? Kampfkunst wäre ja schon cool. Kampfkunst. Jo, das passt doch. Können wir nämlich auch gleich? Doppelkling, Katar. Ja, ey, gut. 78, habe ich gesagt. Ja, es ist auch nicht besser. Keine Veränderung dabei. Das ist doch alles. Okay. Das ist doch alles Mist. Powercore. Powercore war das, was wir gerade gemacht hatten, oder? Das ist Rang 6. Oh, nee. Nee, danke du. Powercore. 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 Ein schwarzer Beginn. Boah, ist das schon wieder langweilig. Ne, gut. Dann machen wir hier. Oder wir machen ein Spiel da mal wieder. Nein, die haben wir jetzt letztens gemacht. Also, Handschuss könnten wir wieder machen. Und die haben wir letztens auch gemacht. Scheiße. Hat er echt gute Sachen bekommen. Dann können wir jetzt jetzt das Prozess machen. Oh Gott, dauert das noch ewig. Und wenn man das nicht mit jemandem macht, den man kennt, dann ist das sowieso für ein Po. Po, Po. Allerheilix, jetzt habe ich richtig Lust drauf. Habe ich richtig Lust drauf, Allerheilix. Das. Widerschwinds hier sehen, kann ich gar nicht machen. Hab ich keinen Bock darauf. Ja, komm, dann gehen die T5er hier auch noch rein. Hatten wir alle noch nicht. Streich ins Gefängnis hatten wir auch noch nicht. So, Leute, jetzt muss er langer noch nicht kommen. Ich glaube, irgendwann fange ich immer noch die Videos an, wenn ich was habe. Macht ja so keinen Sinn mehr. So. Begrüßung, linken Favoriten, Korkett zeigen. Da. Da ist es. Alter. Kann sein Gewiss sehen. Ja, dann legen wir uns erstmal ein bisschen schlafen. Immer auf der Hut. Ja, übrigens, meine Sony-Smartwatch, die ist jetzt, die hatte ich ja letztens zur Reparatur gegeben, haben einige vielleicht mitbekommen, weil die war so wasserfest, wie sie auch sein sollte. War sie nicht halt. Und ja, dann habe ich es an Sony geschickt. Und eigentlich steht ja an den Garantieanweisungen drin, dass die Garantie nicht für Wasser stehen übernommen wird. Aber coolant, wie Sony ist. Hab mich natürlich ein bisschen eingeschleimt, von wegen, ich bin der größte Sony-Fan of the world und ich würde ungern von ihnen wechseln und so weiter und so fort. Und dann haben die gesagt, Duty, weil der so netter ist, machen wir das für den. Und ich meine, hey, wenn ich kein Sony-Fan bin, weiß ich auch nicht. Product placement. Wirklich schön viel Kohle wieder. Schön viel Kohle. ja danke nicht familiens anführungs so eine vierer we can do it we can do it who can do it we can do it we can do it what you're doing so kommt es dort hat eine abgelehnt hat keine abgelehnt nach naja sonst wäre ich jetzt zur basis gegangen aber so macht jetzt keinen sinn schade ist ein lustiger bug für die die es besonders heilig haben es geht glaube ich auch im schlafen oder sogar ich weiß nicht bei balkan habe ich das glaube ich gesehen los protectores das gefühl denkt ihr wer verfolgt ich habe nicht nur das gefühl ich werde auch verfolgt das langweilig habe ich gesehen ich habe mich nicht mehr sehen da weiß ich wo ich bin kommt praktisch in die wand rein back in die wand rein geh mir aus mit du blöder Baku! Wo komm ich hin? Wo komm ich hin? Wo komm ich hin? Wo ist er? Wo ist er? Er mag mich nicht. Digga, was geht denn hier ab? Doof, 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 doof. Jaaa! Was war jetzt wieder? Familienzusammenführung? Egal. Ist doch egal. Juckt ihr doch eh nicht. Aber Familienzusammenführung könnte schon schwer werden jetzt. Oh weia, oh weia. The fastest man in life! Flash! Das ging doch so ähnlich, der Song, oder? Was, wir haben keinen Troll? Oder was? Was war das? Oh jaaa! Prometiumzuswurf! Wohin? Da ist ein Paradoxon-Dieb. Lauf, Chrissi, lauuf. You can do it, I can do it. We all can do it. So, und sonst so? Ich finde, das Spiel wird immer spannender mit der Zeit. Und wie seht ihr das? Komm, ich falle drei Mal runter. Er ist ruhig gestalpert. Spass! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ja, wir haben kein Troll drin, wa? Nein, wir haben drei DPS drin, aber keinen einzigen Troll. Das ist super für T5. Wer hat sich denn als T5 als Troll ausgegeben? Oder werden jetzt nur noch DPS zusammengeschmissen? Traut ihn halt total allzu will. Und damit, hey Leute! Ähm, ja, das Video ist jetzt zu Ende. Ähm, hier kommt ihr zu einem weiteren Video und hier kommt ihr zur ganzen DC Universe Playlist. Ähm, ja, nicht vergessen zu liken, wenn es euch gefallen hat, abonnieren und kommentieren. Das Wichtigste überhaupt. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt für neue Spiele oder so, sofort in die Kommentare damit. Oder was ich besser machen könnte, jederzeit da unten rein. Tschüssi, wir sehen uns! Outro 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 Bis zum nächsten Mal.